Ja, meine lieben Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kandel, Kandel hält zusammen. Das ist das Motto, das die Stadt Kandel auch ganz aktiv nach außen trägt und durch Banner in der Stadt auch sichtbar macht. Und ich freue mich sehr, und es hat mich auch sehr berührt, dass auch ganz viele diesem Motto folgen. Ich möchte drei exemplarische Beispiele Ihnen mitteilen, die das auch tatsächlich tun. Da wäre zum Beispiel der Bücherpausch, der auf Facebook viral geht mit einer Idee, nämlich, dass er dazu aufruft, dass man kleine Kurzgeschichten vorliest und damit alle daheimgebliebenen ein bisschen vielleicht auflockern kann. Und jeder ist da aufgerufen, mitzumachen. Machen Sie mit. Gehen Sie auf Facebook bei Bücherpausch. Und dann haben wir Kissenzauber in unserem Platzteil Minderslachen, die mit einer großen Mannschaft dabei sind, eben Mundschutzmasken zu nähen. Jetzt ganz aktuell ganz viele und das Ganze auch schon verteilen, auch mit unserer Hilfe der Stadt Kandel. Ein ganz tolles Projekt. Gucken Sie mal bei Kissenzauber und vielleicht können Sie auch eine kleine Spende da lassen. Das würde Ihnen auch sehr viel helfen für die Ausgaben, die Sie da mit einhergehend haben. Und dann haben wir noch das Restaurant zum Riesen in der Rheinstraße, die auch eine ganz tolle Sache gemacht haben. Nämlich, die kauchen jetzt dreimal in der Woche für unsere Alltagshelden von Rettungsdienst über Pflegepersonal und so weiter und so fort. Aber auch für alle Hilfsbedürftigen ein kostenloses Essen. Und das kann sich jeder abholen bzw. vorher bestellen. Auch eine ganz tolle Sache, die mich auch sehr gerührt hat. Und alles kostenlos. Und alle drei Beispiele zeigen, dass Kandel hält zusammen nicht nur eine leere Worthülse ist, sondern dass das Motto auch tatsächlich in unserer Stadt gelebt wird. Und ich weiß, da draußen in unserer Stadt sind noch viele weitere, die diesem Motto folgen und genauso Hilfe leisten oder andere schöne Sachen machen, um zu zeigen, dass Kandel zusammenhält. Und das macht mich sehr, sehr stolz, Bürgermeister dieser grandiosen, tollen Stadt zu sein. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.